Sebastian Schulz, weitere bittere Niederlage, muss man sagen. Man hat das Gefühl gehabt, dieser Impuls fällt ein bisschen. Ist es selber, dass man nicht daran glaubt? Oder muss die Spielerspieler sich selber reingehen, damit er auch geglaubt und das Spiel zu gewinnen wäre? Ja, es war klar besser. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich am Armail für mich war. Ich habe immer die freien Leute gefunden. Wir sind immer im Parkingern nachgezogen. Was kann man dagegen machen? Es ist einfach das Team besser gegen Gegner. Oder können wir in Zukunft auch etwas verbessern, damit der Gegend nicht so gut aussieht? Ja klar, wir müssen besser spielen. Aber ich muss eine Kredit geben. Die Sache ist stark zu uns. Wir sind Schwächen ausgenutzt. Und ja, wir sind ausgespielt. Merci vraiment.